Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 438, heute mit den großen Motivationsmonstern. Mein Name ist René, außerdem mit dabei das große Motivationsmonster Dennis. Ja, servus, hallo. Die Motivationsqueen Patricia. Hallo. Und die Ausgeburt an Motivation der Basti. Hallo. Schwierige Runde heute. Bevor wir gleich über, weiß ich nicht, schöne Dinge reden, falls man im Chat schöne Dinge uns vorschlagen möchte, über die wir reden könnten, die nichts mit der Eintracht zu tun haben, dann bitte jetzt gerne reinschreiben. Bis dahin machen wir ein bisschen Housekeeping und möchten Danke sagen an all die fleißigen Unterstützerinnen und Unterstützer da draußen und diese Woche stellvertretend an den Claudio und den Andreas, die letzte Woche mit wunderschönen Sonderspenden um die Ecke gekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns hier so fleißig unterstützt. Wenn ihr da draußen wissen wollt, wie ihr uns auch unterstützen könnt, dann schaut nochmal unter eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alles mit Überweisungen, Paypal, Empfehlungen, Amazon-Links. Könnt ihr euch durchlesen, langer Beitrag, könnt euch das raussuchen, was euch am besten passt, womit ihr uns wunderschön unterstützen könnt. Vielen Dank dafür. So, und bevor wir jetzt über meins sprechen, müssen wir natürlich über das sprechen, was da im Vorfeld passiert ist, nämlich die Thematik mit den Postkarten. Vielleicht gibt uns das ja ein bisschen mehr Motivation. Fanprojekt oder Fanaktion 51.500 hat so ein bisschen funktioniert. Also es ist nach dem, was ich verstanden habe, eine 1 und eine 5 da drin. Es sind 15.000 Postkarten wohl zusammengekommen, die an die Eintracht geschickt worden sind und die dann ja auch da in den Katakomben entsprechend aufgehängt worden sind. Und ich muss sagen, also zumindest als ich die Bilder gesehen habe und die verschiedenen Beiträge bei hessenschau, RTL, whatever. Also ich hatte schon Gänsehaut. Oder, Patricia? Ja, vor allem, also es hat mich auch gefreut, dass das dann wirklich so herangetragen wurde an die Mannschaft, dass die das gesehen haben, mitbekommen haben. Da zeigt sich ja auch, dass es sich gelohnt hat, der Aufwand. Das war sicherlich auch viel organisatorischer Aufwand von den Organisatoren. Wie oft habe ich das Wort jetzt gesagt? Dreimal. Ja, aber ja, es ist schön zu sehen, dass das angekommen ist, auch wenn vielleicht das Ergebnis dann nicht das Erhoffte war. Aber dazu kommen wir ja dann nochmal. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Das ist richtig. Aber prinzipiell fand ich das eine sehr gelungene Aktion in der jetzigen Rahmen der Möglichkeiten, dort nochmal auch in größerer Menge der Mannschaft zu zeigen, dass die Fans hinter ihnen steht. Ja, und damit sind wir glaube ich dann unweigerlich tatsächlich bei dem Mainz-Spiel, weil Patricia hat es gerade eben angesprochen. Die Mannschaft hat es gesehen und man freute sich und dann waren die ersten 30 Sekunden und ich habe mir zumindest die Frage gestellt, warum zum Henker habe ich überhaupt eine Postkarte geschrieben, wenn ihr jetzt so eine Spielleistung allein schon in den ersten paar Sekunden hier abliefert? Basti, du hattest glaube ich bei 390 gestern auch gesagt, dir war da so mehr oder weniger nach fünf Minuten klar, das wird heute schwere kostet, oder? Ja, also mit steigender Fehlpassquote wurde meine Zuversicht immer kleiner, die sowieso schon nicht so groß war. Also für mich, der Stecker, der Stecker, Mainz-Stecker wurde eigentlich schon am Vorabend gezogen, als Dortmund noch das 3-2 gemacht hat. Das war so ein Ding, wo ich dachte, okay der Druck ist jetzt immens groß und Mainz liegt uns sowieso nicht, wir haben schon die diversen Spiele gegen Mainz erlebt. Die sind ja jetzt in der Rückrunde auch nicht schlecht. Dann war es plötzlich irgendwie ein einziger Tag, irgendwie 30 Grad so, ganze Zeit Scheißwetter, jetzt wieder Scheißwetter. Nur dieser Tag war genau so, wo ich dachte, okay das wird für eine Mannschaft dann, die wahrscheinlich das Spiel machen muss, noch ein bisschen schwieriger und ja als dann wirklich, ich glaube nach fünf Minuten waren es tatsächlich nicht mehr übertrieben, es waren wirklich schon fünf Fehlpässe. Ja locker, die hatten sie dann in den ersten zwei Minuten glaube ich schon. Dann habe ich mir gedacht, oje, 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 die fangen glaube ich wirklich an zu überlegen, also es ist wirklich dieses, am Anfang hast du irgendwie gedacht, geil, geil, geil und keiner rechnet mit dir und so weiter und dann bist du plötzlich in der Position und dann glaube ich fängst du auch als Spieler an zu überlegen und das hat man glaube ich gesehen. Und für diesen State of Mind war Mainz der völlig falsche Gegner, hat man ja auch gesehen, dann ist so ein Schuss drin und dann weißt du schon Bescheid und denkst, alles klar. Viel Spaß habe ich mir dann selbst gewünscht, das Spiel ging nicht rum, das war für mich das unangenehmste Spiel, weil ich dann irgendwie während dem Spiel schon mit diesem Prozess angefangen habe zu denken, okay es klappt doch nicht mit der Champions League. So, jetzt sitze ich hier und habe mich damit abgefunden und weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hast du dich wirklich schon damit abgefunden oder redest du dir das nur ein? Ne, also mein Stecker ist tatsächlich gezogen. Ich habe noch keinerlei Vorfreude oder irgendwie das Gefühl, da würde was Besonderes passieren am Wochenende, was auch nicht schlimm ist dann. Also es ist, ich glaube irgendwann wird man auf die Saison zurückblicken und denken, ah da war die Chance da, ist ärgerlich. Aber man muss dann wahrscheinlich nicht nur auf die eigene Mannschaft sauer sein, sondern auch einfach einsehen, dass Dortmund halt brutal jetzt noch mal angezogen hat. Also ich hatte mir Champions League Chancen eher damit ausgerechnet, dass Wolfsburg und Dortmund vielleicht noch mal patzen und das scheint ja offensichtlich nicht zu passieren und ich rechne auch nicht mehr damit, dass das passiert. Ich sage nicht, dass Jairndrad jetzt die beiden Spiele nicht vielleicht doch gewinnt. Ich glaube aber nicht, dass da noch was anderes passiert, weil ich glaube Dortmund wird beide Spiele gewinnen, Wolfsburg muss nur noch ein Spiel gewinnen, weil die das bessere Torverhältnis haben und dann kommst du da nicht mehr vorbei. Also für mich war Mainz, ich hätte aber auch tatsächlich glaube ich zufällig gehabt, wenn die Anträge gegen Mainz gewonnen hätte, dass das nicht mehr schief geht. Also für mich war Mainz dieses Spiel, für die Spieler scheinbar auch. Hast du dann gesehen, wie sie aufgetreten sind, haben ein bisschen Schiss bekommen und ein bisschen Pech gehabt, ein bisschen heiß und dies und das. Also von daher. Jetzt ist es so, ich bin sehr, sehr niedergeschlagen, was das betrifft. Manchmal werde ich noch wütend, manchmal ist es mir egal und jetzt höre ich euch mal zu, was ihr so sagt und melde mich dann in 20 Minuten wieder. Großartige Aussicht. Ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, kommen wir wieder auf den Punkt zurück, den ich auch schon x-mal glaube ich in der Saison angemerkt habe, dass in solchen Situationen und gerade wenn du, wie ich finde, wieder sehr deutlich gemerkt hast, dass wenig Impulse von außen kommen, da können wir gleich dann auch nochmal, wenn wir mit dem Trainer reden, ein bisschen genauer drauf gucken. Ist das wieder so der Punkt, wo dir halt wirklich so dieser Antreiber, dieser Leader-Typ auf dem Platz fehlt an dieser Stelle, der halt wirklich die Mannschaft da mal wach rüttelt, weil ich schon einfach fand, dass es wenige Spieler gab, die tatsächlich Verantwortung dort auf dem Platz übernommen haben? Oder ist das eine Fehleinschätzung, Dennis? Ich glaube tatsächlich, dass du da ein Leader hättest gut gebrauchen können, das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob er es hätte richten können, denn du hast gemerkt, Basti hat da schöne Sachen genannt schon, es kam einfach alles zusammen, was die Eintracht problematisch machen kann in so einem Spiel, nämlich eine gigantisch beschissene Passquote, wirklich, oh Gott, also was waren da? Fehlpässe, das war ja wirklich grauenvoll, dass da kein Spielfluss aufkommt. In der Offensive gingen einfach nicht zusammen. Im Aufbauspiel diese Fehlpässe dann, noch viel schlimmer fand ich dann auch in Situationen, auch gerade bei dem 1-0 dann von Mainz, diese fehlende Biss-Durchsetzungskraft, einfach dieses 100 Prozent, 110 Prozent, ich will es unbedingt. Der Körperlichkeit hat komplett dann teilweise gefehlt und das ist, so gewinnst du gegen Mainz nicht, das wissen wir alle. Da brauchen wir nur in die Vergangenheit zu gucken. Immer wenn du im Endeffekt da nicht auch mit Vollgas rangehst, hast du eigentlich nichts geholt. Wir haben einfach das überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Da stellt sich die Frage, warum? Was ist da das Problem gewesen? Sicherlich ist dazu gekommen, das Tor ist dann natürlich auch viel zu früh gefallen für Mainz. Das hat es für Mainz dann relativ leicht gemacht. Ich hatte mir gewünscht, dass wir früh einfach einen Treffer machen und Mainz dann das Spiel machen muss. Ja, jetzt war es genau andersrum. Wir haben es nicht auf die Reihe bekommen, eine katastrophale Fehlpassquote, katastrophale Einsatz. Der Wille hat völlig gefehlt und woran das liegt. Ob da ein Leader hätte wirklich dann, ja, da hätte sicherlich mal ein bisschen die aufrütteln können, aber irgendwie im Großen und Ganzen hat komplett einfach alles gefehlt, was man sich eigentlich so vorstellt. Und ich muss sagen, ich habe erst noch gedacht, okay, ich habe gar nicht erst mitbekommen, dass Rode wirklich verletzt war. Ich dachte, der wurde ausgewechselt, weil er einfach so schlecht war. Denn auch da unsere Doppelsex hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Da haben wir ja lange Zeit gesagt, oh, wie geil, so und Rode. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Hasebe hinten auch Fehlpässe und sinnlose Aktionen da veranstaltet, wo du sagst, meine Güte, nach vorne haben wir schon drüber gesprochen, mit auch Kamada und auch Silva hatte sicherlich nicht seinen glücklichsten Tag. Also kannst eigentlich hier eigentlich eine rundherum Kritik machen. Eigentlich konnte keiner an sein Leistungsniveau rankommen und so gewinnst du gegen Mainz nicht. Und ja, so ist es dann leider, wenn am Vortag Dortmund die Punkte gemacht hat. Ich wollte mich gerade sagen, Dennis, also vergesst man nicht, dass wir, glaube ich, ganz, ganz anders über dieses Spiel reden würden, wenn Dortmund auch einfach umentschieden gespielt hätte. Bin ich bei dir. Das ist halt das Ding, weißt du, dann hältst du den Status Quo und hast dann halt nur noch Schalke und Freiburg vor der Brust. Ich glaube auch wirklich, dass man nicht vergessen darf, und ich habe das teilweise selber vergessen, auch bei Fußball 2000, als ich sehr, sehr bütend war, dass Dortmund halt jetzt wirklich einfach, wenn die Unentschieden gegen Leipzig gespielt hätten, was alles andere als unmöglich gewesen wäre, dann wäre dieses Unentschieden fast okay gewesen, weil ich glaube, Mainz ist von den letzten drei Gegnern sogar der stärkste gewesen. Und dann hättest du jetzt auf Schalke gewinnen müssen, und dann hättest du selber den Match bei gegen Freiburg gehabt. So ist es halt jetzt nicht so. Dennis hat es ganz gut beschrieben. Das ist einfach. Aber die Spielleistung, Basti, nur ganz kurz, die Spielleistung war ja kaum, dass du es unentschieden verdient hattest. Das war ja eigentlich, hättest du verlieren müssen gegen Mainz, so wie du gespielt hast. War richtig schlecht, es war katastrophal. Hast dann noch diesen, in Anführungszeichen, Glücks oder so wie die Medien teilweise dann bei Bericht haben, das Geniale, der Geniale Moment von Rustic. Es war meiner Meinung nach, war eine tolle Sache, haben wir Glück gehabt und ein schönes Tor sicherlich bei rumkommt. Aber normalerweise hättest du das Spiel sogar noch verloren. Und das muss ich einfach sagen. Normalerweise hättest du es auch nicht mit einem Tor gegen Tor, sondern mit zwei oder drei gewinnen oder verlieren können. Da gab es ja noch die eine Aktion, wo Onesivo da dann auch nochmal aufs, oder war es Quaison, der dann da nochmal aufs Tor gelaufen ist, wo Trapp dann rauslauft. Allein auf Trapp, ja genau. Und das Ding macht. Und da waren ja schon so ein paar dabei, wo du denkst, so eigentlich von der Leistung her hättest du dich auch nicht beschweren können, wenn du da 3-0 vom Platz gehst. Und das nervt eigentlich. Oder Patrizia, was war denn dein? Du hast ja jetzt auch noch nicht so viel zum Mainz-Spiel wahrscheinlich bewussterweise dich schön zurückgehalten. Wie war denn deine, deine mentale Einstellung zu dem Spiel? Hast du denn schon abgeschlossen jetzt mit der Champions League oder siehst du noch einen Funke Hoffnung? Ja, wirklich bewusst zurückgehalten tatsächlich. Ne, es war bei mir auch irgendwie dieses 1-0, was da gefallen ist, was mich dann irgendwie so rausgezogen hat. Ich hatte gehofft, dass das vielleicht, weiß ich nicht, der Mannschaft so einen Stachel versetzt und die dann irgendwie vielleicht noch was machen, weil ich konnte mich nicht mehr motivieren danach. Ich saß dann vor dem Fernseher und dachte mir, ja guck, es ist das eingetreten, was ich, ja, wovor ich Angst hatte, was ich mir irgendwie schon vorher so ängstlicherweise gedacht habe. Wir kennen das ja alle, man malt sich dann so das Schlimmste aus. Und ich war in dem Moment dann irgendwie raus. Das 1-1 hat mich dann auch nicht mehr. Also klar, das war irgendwie ein kurioses, ein cooles Tor auch. Aber ja, war dann halt, ja, ach cool, jetzt haben wir einen Unentschieden. Hilft vielleicht am Ende, hilft vielleicht am Ende nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin tatsächlich auch so ein bisschen raus. Einfach, ja, ich tue mich halt schwer zu sagen, ich bin enttäuscht, weil klar, Euroleague ist auch gut. Man hat das jetzt geschafft. Das ist für einen Verein wie Eintracht Frankfurt gut. Aber ich bin momentan noch nicht so weit, mich darüber zu freuen. Das wird kommen. Ich werde mich auch darüber freuen, dass man international wieder vertreten ist. Hab aber auch irgendwie gerade im Gefühl, dass man die Champions League mit diesem Spiel verspielt hat. Und das macht mich irgendwie traurig. Einfach, weil so viel drin war. Du hattest einen Vorsprung von sieben Punkten auf Dortmund. Klar, wie Basti schon gesagt hat, das liegt dann vielleicht auch zum Teil an Dortmund, dass sie halt sehr, sehr stark sind. Und ja, dass man halt selbst nachgelassen hat. Also es enttäuscht mich halt, dass man irgendwie wieder an dem Punkt ist, an dem man war, bevor dieser ganze Lauf der Eintracht kam. Also wir erinnern uns, wir hatten da auch immer die Diskussion, fehlt ein Leader? Was fehlt? Irgendwie fehlt der letzte Funken? Man spielt nicht ganz schlecht, aber man spielt auch nicht so gut, dass man irgendwie jetzt gute Spiele abliefert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wieder in der Zeit, bevor Younes kam, ich sage es mal so, wie es ist, bevor da dieser, ja, diese, diese Spiel, ja, dieser Spieler kam, der so ein bisschen mitgerissen hat, der irgendwas Neues in die Mannschaft gebracht hat. Und ich habe das Gefühl, ich gucke die Spiele, die wir vor dieser Phase auch hatten. Ja, das macht ein bisschen traurig, weil halt eben so viel drin war. Und man ja auch die Chance, man hat es in der eigenen Hand und jetzt hat man es halt nicht in der eigenen Hand. Jetzt muss ich jedes Wochenende da sitzen und hoffen, dass Dortmund doch nochmal irgendwie verkackt. Kann passieren, die müssen auch gegen Mainz spielen. Vielleicht hat Mainz einen Geniestreich, vielleicht, weiß nicht, ich habe heute gelesen, Dortmund muss auf fünf Spieler verzichten. Ich habe ehrlicherweise nicht nachgeschaut, wer das ist, welche Spieler ausfallen oder möglicherweise ausfallen. Da kann noch was passieren, aber ich will es, ich will es mir auch nicht einreden. Ich will mich jetzt damit abfinden, dass es vielleicht einfach nicht gereicht hat und mich so ein bisschen in meiner, ja, in meiner Trauer wälzen und sagen, okay, das hat jetzt leider nicht gereicht und ich bin traurig und sollte mich die Eintracht noch überraschen wollen, mach das gerne, aber ich glaube tatsächlich nicht mehr dran. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass das okay ist. Ich habe voll viele Leute gehört, die dann durch die, einem der enttäuscht ist, irgendwie Undankbarkeit unterstellt haben. Das finde ich krass. Ich finde, das hat Hütter ja nach dem Spiel auch gemacht. Also ich finde, Hütter hat ja mit seinen Aussagen nach dem Spiel auch so gesagt, ja, dann werden wir halt fünfters doch okay. Also wer da nicht enttäuscht ist, mit dem stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Es gab ganz, ganz viele Leute, die sagen, wie kann man denn so arrogant sein und denken, dass sie in die Champions League gehört. Jetzt lasst du die Mannschaft fallen. Leute, natürlich bin ich traurig, dass die Eintracht nicht in die Champions League kommen. Was wollt ihr denn von mir? Wer guckt denn so Fußball, dass er in der Lage ist, zehn Minuten oder fünf Minuten nach dem Spiel schon zu denken, oh ja, Euro liegt ja auch gut. Ganz im Ernst, was unauthentherisch ist, das habe ich noch nie gehört. Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Wer ist denn da jetzt nicht sauer und traurig und wütend und jeder geht damit anders um? Das macht mich jetzt, das macht mich jetzt wütend. Das andere habe ich schon verarbeitet. Ja, aber das verstehe ich auch nicht. Also es ist doch ein kompetitiver Wettbewerb. Du trittst doch an mit den anderen 17 Mannschaften, um am Ende umzustehen. Ansonsten brauchst du das doch nicht zu machen. Dann kannst du dir wie bei den Bundesjugendspielen vorher eine Teilnehmung abholen und dann war das. Aber dafür muss ich doch nicht 34 Spieltage abliefern. Das eine hat, finde ich, auch nichts mit dem anderen zu tun. Ich kann gleichzeitig dankbar sein und froh sein, dass mein Verein international vertreten sein wird, aber auch enttäuscht sein, dass eben das, was greifbar war, so sorry, dass es mich traurig macht oder dass ich enttäuscht bin, dass jetzt das, was wirklich greifbar war, das ist was ganz Großes für die Eintracht, Champions League zu spielen. Ich hätte es mir nicht träumen können vor ein paar Jahren. Und jetzt ist dieser Moment greifbar. Man hat sieben Punkte Vorsprung gehabt. Man hat es in der eigenen Hand gehabt und es dann verspielt. Tut mir leid, dass ich ein bisschen enttäuscht bin und nicht direkt sage, naja, egal, dann Euroleague. So, ich werde mich freuen, zu gegebenen Zeit. Aber ich finde, jetzt ist halt gerade nicht der Zeitpunkt zu sagen, oh, du bist so undankbar und wie arrogant und wir sind nicht der FC Bayern. Ja, ach nee, natürlich sind wir nicht der FC Bayern. Deswegen ist die Chance ja auch so groß. Deswegen enttäuscht es mich ja so sehr, dass jetzt diese Chance da war und sie nicht genutzt wurde. Die kommt vielleicht nächstes Jahr nicht wieder. Vielleicht kommt sie auch wieder. Keine Ahnung, aber ich nehme mir jetzt das Recht raus, mal sauer zu sein. Ich glaube, man merkt Patrizia und mir an, dass sie auch Fußball 2000-Kommentare lesen müssen. Ja, ich habe da auch ein paar von gelesen. Das macht auch nicht unbedingt das. Leute, Leute, Leute. Im Endwerk ist es auch egal, aber ich glaube, dass man zusammenfassen kann, dass hier meiner Meinung nach eine historische Chance verspielt wurde. Das ist einfach so. Also ich glaube, dass wenn du gegen Mainz gewonnen hättest, hättest du Schalke auch noch mit dem linken Ei mitgenommen und dann hättest du ein Endspiel gegen Freiburg gehabt. Und dann kann da auch noch alles passieren. Und am meisten sauer, Basti, macht es einen doch dabei. Du hast die Spiele gegen den BVB und gegen Wolfsburg gewonnen. Du spielst unentschieden auch gegen Red Bull und so weiter. Das geht mir so auf die Eier. Und dann machst du das gegen Mainz nicht, wo du wirklich die Chance hast. Klar, gegen Leverkusen. Man darf, man kann verlieren gegen Leverkusen meinetwegen und auch gegen Gladbach. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Spiele in Gladbach und in Leverkusen, die wurden mir zu sehr relativiert und normalisiert, weil man dachte, okay, das ist Leverkusen und Gladbach. Aber guck bitte an, wie Gladbach spielt. Leverkusen spielt 0-0 gegen Bremen. Gladbach hat, glaube ich, 2-2 gegen Hoffenheim gespielt. Die lassen sich 6-0 in München wegbrettern. Das ist nicht, du kannst da nicht einfach sagen, ja, das ist halt Gladbach als Eintrag. Da hat es nämlich angefangen mit diesem Relativieren. Ich glaube, dass dann zu spät jetzt durch dieses Mainz-Spiel Druck reinkommt, um sich dieser Sache bewusst zu sein. Ich finde, das wurde zu sehr verharmlost. So, das Gladbach-Spiel, ja, da verliert man halt mal 4-0 und dann mache ich nach dem Spiel so eine Lulli-Aussage. Dann gewinnst du trügerisch gegen Augsburg, wo du auch schon, die Eintrag war genauso schlecht gegen Augsburg wie gegen Mainz übrigens. Also das war nichts anderes. Genau das Gleiche. Dann lässt du dich mit einer sehr merkwürdigen Aufstellung in Leverkusen abschlachten. So, und dann hast du 6 Punkte schon mal verzockt davon. Und jetzt kommen halt da durch Mainz, für mich ist Mainz von den ganzen Spielen nicht mal das Allerschlimmste, weil du musst ja nur in einem anderen Spiel irgendwie nochmal da sein, beziehungsweise das annehmen, dass zumindest irgendwie nach dem Augsburg-Spiel hätte, glaube ich, schon ein bisschen mehr Alarm sein müssen, zu sagen, ah, Leute, das ist immer noch nichts. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dieses Augsburg-Spiel hat uns nicht gut getan, weil das im Endeffekt dann die Situation wieder ein bisschen beschönigt hat. Die Tabelle sah gut aus. Aber eigentlich hast du schon gesehen, okay, hier ist irgendwas in Abwärtsspirale. Und ganz im Ernst, was mir eigentlich auch scheißegal ist, ob irgendjemand das in Zusammenhang setzen will oder nicht, zeitlich gesehen kannst du es nicht leugnen, dass das nach der Bekanntgabe von Hütters Wechsel war. So. Dass das auch hätte so passieren können, ist jetzt halt Pech für ihn. Den Zeitpunkt hat er gewählt und jetzt passiert es halt. Aber es ist schon frappierend zu sehen, okay, seitdem ist da ein Bruch drin und du hättest mit drei Punkten mehr irgendwo, hättest du jetzt so eine unglaublich gute Ausgangsposition haben können. Und das, ehrlich gesagt, glaube ich sogar, natürlich, Patriz hat es gesagt, ich bin wütend, wir sind alle wütend. Ich glaube, dass es auch sein kann, dass die Wut noch größer wird. Weil du, wenn du nicht mehr in diesem Tagesgeschäft Blick da hast und diese situative Enttäuschung, die du dann nach dem Spiel hast und dann redest so drüber und das und das. Ich glaube, wenn man ein bisschen Abstand hat, wird einem erst mal bewusst, dass die Eintracht wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr die Chance bekommen wird, in die Champions League zu bekommen und hat es jetzt nicht geschafft. Das ist natürlich was, was einem auch einen Schlag versetzt. Also es ist so, da wirst du im Sommer, glaube ich, schon ein bisschen Zeit brauchen, um dich für die neue Saison zu motivieren. Auch selbst, wenn es in der Euroleague ist, weil ein Verein wie Eintracht Frankfurt gehört nicht in die Champions League. Da sind Vereine, die werden uns immer wieder da was voraus sein, allein finanziell. Und ich glaube schon, dass man auch die, wie soll ich sagen, Wichtigkeit ist das falsche Wort, aber so diese Drastigkeit dieses Momentes, die wird mir dann trotzdem manchmal bewusst zu denken, krass, die Eintracht hat jetzt die Champions League verzockt. Weil die nur 1-1-2 gegen Mainz spielt, wo du gedacht hättest, okay, schaff doch bitte eine Sondersituation, wo du in der Lage bist, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist nicht passiert. Plus die ganzen Nebengeräusche ist auf jeden Fall, gerade nach diesen rauschhaften Wochen, ist es, glaube ich, so der Worst-Case anzunehmende Karte aktuell. Ja, ich will das auch ein bisschen unterscheiden, weil ich auch so oft gehört, gelesen habe, ja, die Eintracht war ja aber auch in vorherigen Saisons immer mal an der Champions League dran. Nee, also nicht über so eine Dauer. Die Eintracht war stabil und das ist irgendwie so das, was diese Saison anders war. Die waren lange Zeit auf diesem Champions League Platz und zeitgleich haben halt Konkurrenten, die sonst normalerweise diese Plätze einnehmen, wirklich richtig abgekackt. Also das ist wirklich so eine Gemengelage, die muss erst mal so zusammenkommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so enttäuschend und deswegen denkt man, glaube ich, auch, das wird so schnell nicht mehr kommen, weil da wirklich viel zusammengespielt hat. Plus die Eintracht gewinnt auf einmal, keine Ahnung, auswärts in Mainz, so Dinge noch. Und sie verliert halt eben nicht irgendwelche Kackspiele. Und das war alles, als dieser Lauf da war, war irgendwie alles stabil bei der Eintracht. Und das kennt man nicht. Und ich glaube, das ist für mich der Unterschied zwischen den Saisons vorher, wo man sagt, ja, man war immer mal so ein bisschen dran und in Reichweite. Aber das war nicht so greifbar, auf keinen Fall so greifbar wie diese Saison. Und deswegen ist es irgendwie doppelt bitter. Und ja, es nervt gerade ein bisschen. Man konnte es vorher eigentlich nie verlieren, weil du sagst richtig, ich glaube, wir waren seit dem 18. Spieltag auf dem Champions League Platz. Und da musst du natürlich schon sagen, wenn du das am 32. Spieltag dann erst wieder abgibst, ist das schon echt bitter. Ja, wie du sagst, verlieren. Das ist ja auch, ich glaube, Hinti hat es wohl gesagt, dass auch da bei den Spielern jetzt so ein bisschen das klar wurde, dass man jetzt wirklich was zu verlieren hat. Und das ist, glaube ich, auch, was Basti meinte, was man der Mannschaft auch angemerkt hat. Da ging es um was und irgendwie haben die so ein bisschen kalte Füße bekommen. Die haben halt irgendwie, ist denen klar geworden, hey, wir haben was ganz Großes vor uns und wir können das aber innerhalb von kurzer Zeit verspielen. Und das ist halt eben passiert. Und ja, das, was mich da ein bisschen stört, ich weiß nicht, ob wir schon auf den Trainer zu sprechen kommen wollen, weil für mich ist es halt, es ist zu einfach, das nur auf diesen Wechsel zu schieben. Ich glaube, das ist viel, viel komplexer. Und da spielen jetzt viele Sachen mit rein, auch die Stärke von Dortmund, dass die uns halt so auf die Pelle gerückt sind und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwie Verletzungen und Sperren und keine Ahnung, dann hast du mal einen Durchhänger. Da kommt vieles zusammen. Unruhe auch um den Verein herum. Was mich aber stört, ist, dass du einen Trainer hast, der sich dann hinstellt und halt diverse Interviews gibt, die alle sehr, sehr unglücklich formuliert sind, in einer Situation, wo die Mannschaft klar und deutlich sagt, hey, wir haben irgendwie Gedanken im Kopf. Und du musst irgendwie als Trainer, erwarte ich, dass der Trainer die Mannschaft so gut wie möglich einstellt, mental einfach. Dass er irgendwie sagt, hey, Jungs, passt auf, ich weiß, das ist ein großes Ding und ihr habt Angst, irgendwie hier was zu verspielen, aber warum denn so? Wir sind so weit gekommen und ihr schafft das auch bis zum Ende. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Hütter schafft genau das nicht mehr, dieses Motivieren. Und das ist, was mich stört. Einfach, weil er sich dann hinstellt und sagt, hey, vielleicht haben wir überperformed. Naja, gut, dann sagt das halt zwei Spiele vor Schluss in der Crunch-Time. Nee, das ist nicht gut. Das kannst du nicht machen. Mit Professionalität hat das null zu tun. Das ist halt genau das Gegenteil. Das demotiviert. Also mich persönlich, wenn ich denke, ich bin Spieler, mich demotiviert das, weil das heißt, hey, das war vielleicht Zufall, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Nein, du musst den Spielern klar machen, das war ihre eigene Leistung, selbst wenn sie overperformed haben, selbst wenn Dortmund schlechter war als gedacht. Selbst wenn das alles so ist, sag das doch nach der Saison. Aber sag das doch jetzt nicht am Ende. Das ist so, als wenn mein Sohn mit einer Eins in Mathe heimkommt im Mathe-Test und ich sage, naja, hast du halt einfach mal gut geraten. Kann ich auch einfach die Klappe halten. Ja, es kann ja aber auch sein, dass die Kommunikation nach innen eine andere ist. Nichtsdestotrotz ist es einfach respektlos den Emotionen gegenüber. Es ist auch respektlos den Fans gegenüber zu sagen, es ist mir egal, was die Leute da draußen sagen. Ey, diese Leute haben euch 15.000 fucking Postkarten geschickt. Halt die Klappe! Ja, ich glaube einfach... Hütter hätte doch auch positiv formulieren können. Das hätte zwar wieder nicht zu seinem Ego gepasst, aber ich hätte sagen können, mir ist es gelungen, in ganz vielen Spielen mehr aus der Mannschaft rauszukitzeln, als vielleicht jeden Tag man erwarten kann. Du musst doch auch gar nichts dazu sagen. Ich verstehe es doch nicht. Ich verstehe es doch einfach zu, dass du auch enttäuscht bist. Logisch, logisch. Aber das passt halt nicht zu ihm, dass das dann natürlich noch diesen negativen Touch nach draußen nimmt. Das klingt ja hier so, ich habe nichts falsch gemacht. Oder er sagt ja, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist halt so. Und die Mannschaft kann es halt nicht bringen. Diese Leistungen haben überperformt. Ich verstehe, du hast völlig recht, im Idealfall sagt er gar nichts. Wenn er sich genötigt fühlt, was zu sagen, dann noch bitte in einer schönen, positiven Form. Ich versuche hier jedes Mal 110 Prozent aus der Mannschaft zu holen. Was er dann schon sagt, das ist nicht 100 Prozent, sondern sie müssen 110 Prozent spielen, weil sie zu schlecht sind. Wenn sie 100 Prozent spielen, schaffen sie es nicht. Ist auch schon negativ. Trotzdem kannst du sagen, das ist was, das wird nicht so diesen total, ja, ich habe hier einen Sauhaufen und seid froh, dass wir hier überhaupt so lange oben um die Champions League gespielt haben. Da könnte ich auch kotzen. Das geht mir total auf den Sack. Da verstehe ich aber auch nicht, wie Patrizia gesagt hat, es ist ja jetzt nicht das erste unprofessionelle Interview, was er gibt, sondern da gab es ja schon diese Thematik nach Gladbach und auch so zwischendrin. Da verstehe ich halt dann auch wiederum den Verein nicht, aber vielleicht hängt das auch mit diesem Machtvakuum zusammen, ich weiß es nicht. Die dann halt einfach sagen, ey, du gibst mal kein On-Field-Interview nach dem Spiel, du hältst die Klappe, du gehst in die Kabine, da schicken wir halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Spieler hin. Dann nimmst du den halt so ein bisschen da raus, wenn das halt zum Wiederholten mal vorkommt. Da verstehe ich halt auch nicht, dass sie da nichts machen und dass sie es halt auch im Nachgang nicht irgendwie auffangen. Ich habe keinen Tweet, keine Pressemitteilung, kein irgendwas dazu gesehen, wo man versucht hat, dieses Thema irgendwie wieder aufzufangen. Ja, wobei ich denke, er wird auf jeden Fall so oder so in der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzen und dann halt irgendwas sagen. Aber ich finde es tatsächlich auch unglücklich, dass das einfach so stehen bleibt. Und man merkt ja, wie sich die Unruhe durch die komplette Fangemeinde zieht, durch alle Medien und das hilft halt gerade einfach nicht. Und die Spieler kriegen das ja auch mit. Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass, selbst wenn du das nach intern außen kommunizierst, nach innen anders kommunizierst als nach außen, aber du kriegst ja auch diese ganzen Überschriften mit, die in der Rundschau, Hessenschau, Kicker, was auch immer, das kriegst du doch als Spieler auch alles mit. Du kriegst doch immer wieder unter die Nase gerieben, dass dein Trainer öffentlich nach dem Spiel gesagt hat, naja, wir waren halt nicht gut genug. Das kannst du doch nicht machen. Ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, ich mache es ja auch, aber vielleicht geistert man da auch zu viel rein. Ja. Vielleicht ist er nach dem Spiel auch sauer gewesen und weiß ich nicht, hat dann halt auch was Blödes gesagt. Aber wie du es schon gesagt hast, René, das kann man ja auch ein, zwei Tage später auffangen. Also es ist ja nicht so, dass man nicht schon irgendwie mal einen Fehler gemacht hätte, aber das wurde überhaupt nicht aufgefangen. Ich habe das Gefühl, seit dem Gladbach-Spiel wird das nicht aufgefangen. Nee. Seit dem Gladbach-Spiel wird das so wabern gelassen. Dann wird sich dann, im Endeffekt sorgt man mit für Unruhe und beschwert sich dann über die Unruhe. So von wegen, ja, die Presseberichte und das und das und das ist eine Frechheit und bla bla bla. Wo ich mir denke, hä, das ist doch eine normale Reaktion. Also es ist doch, kannst du mir doch nicht erzählen, dass jemand, der das mit der Eintracht hält und dann verliert da einen Trainer, der hier erfolgreich war, der sich da hinstellt und sagt, ja, hier ändert sich dann, das Stadion ist auch schön und ändert sich nur die Farben. Dass das keine Response gibt. Also was haben die denn für ein Bewusstsein davon, wie Fans reagieren? Ja. Und dann guckst du dich weiter, dann verlierst du da und dann zählt der öffentlich Trab an. Also diese ganzen, da trägt man ja dazu bei und das sind Leute, die sind jetzt auch keine, das ist kein 33-jähriger Trainer, der zum ersten Mal von der Öffentlichkeit überrollt wird. Nee, das sind alles erfahrene Leute, die da arbeiten und dann gibt es noch diesen Kommentar, wir können ja Postkarten nach Mainz schicken, wo das auch direkt nach dem Spiel scheinbar schon gute Stimmung ist. Kann es sein, kann sein, dass du als Verantwortlicher nach dem Spiel gute Stimmung zeigen sollst, kannst, um Zuversicht zu kreieren, aber dann nicht auf solche Weise, sondern dann auf zuversichtliche Weise. Also da wurde einiges falsch gemacht, das können die auch nicht wegdiskutieren und können nicht immer wieder diese Umkehr machen, so von wegen, wir machen alles richtig und die einzige Unruhe, die reinkommt, ist von außen. So, das ist ja, keiner hat ja Interesse daran, da jetzt künstlich Unruhe reinzubringen und ich glaube auch, dass trotz dieses Ich-bleibe-Ding, klar ist das ein bisschen eskaliert, aber eigentlich haben die Fans probiert, es unten zu halten. Die haben die Postkartenaktion angesprochen, das war ja auch so ein Zeichen, so von wegen hier Scheiß drauf, Chance ist da, bla bla bla. Und jetzt da sich hinzustellen und das irgendwie alles jetzt schon zu relativieren und den Fans dadurch auch so ein bisschen ihre Emotionen absprechen zu wollen, das interessiert mich nicht, was die Leute sagen. Das ist dann das i-Tüpfelchen auf der Gesamtsituation, aber ich glaube, dass man da einfach auch, ja da müssen wir vielleicht auch aufhören zu denken, okay, da ist jetzt so und dann gucken wir mal, was passiert. Und am Ende, was Patrizia gesagt hat, diese ganzen Dinge, ist ja nicht so, dass man sagt, das soll nie besprochen werden, aber dann bitte am Ende der Saison. Da kann man sagen, große Chance verpasst, warum ist das passiert, dann werden vielleicht Dinge rauskommen, dass er sich mit Junis gestritten hat und so weiter und so weiter. Aber so jetzt in dieser ganzen Phase, die letzten Wochen, das ist maximal unglücklich kommuniziert, weil, wenn ich sage, dass Fütter nach dem Spiel emotional war, klar, aber es gab ja auch schon Pressekonferenzen und da wirkt es genauso. Also es ist die ganzen letzten Wochen nicht, es hat nicht glaubwürdig stattgefunden, dass irgendjemand gesagt hat, das spielt alles keine Rolle und go, go, go. Nee, das hat sich so, das hat sich verselbstständigt, das ist denen selber auch aus dem Ruder gelaufen und nicht nur, weil irgendwie die Leute übertrieben Erwartungen haben. Ja, es ist aber ja nicht nur die Pressekonferenzen, sondern das war ja das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Ich finde auch, dass er während des Spiels teilsamenslos ist. Also wenn wir vergleichen, Anfang der Saison, wo er dann auch an der Seitenlinie durchaus auch wütend war, mal irgendwie Flaschen getreten hat, auch mal eine gelbe Karte kassiert hat. Und in den letzten drei, vier Spielen findet keine Reaktion von der Seitenlinie irgendwie statt. Da wird mal ein bisschen gewunken, da wird mal geguckt, da wird sich wieder hingesetzt und wieder Wasser getrunken. Aber da findet halt auch irgendwie keinerlei Motivation von außen statt. Also das ist halt auch da schon für mich auch jetzt, vielleicht ist man da jetzt tatsächlich auch zu klein nicht und guckt da zu genau drauf. Aber genau diese Haltung, so nach dem Motto, an mir liegt es nicht, die Spieler können halt nicht besser. Genau diese Haltung nehme ich bei ihm jetzt seit den letzten drei Spielen an der Seitenlinie auch schon wahr. Und da verstehe ich halt auch nicht, dass man da nicht in irgendeiner Art und Weise drauf reagiert. Jetzt ist das Kind im Brunnen drin, jetzt kannst du ja für die letzten zwei Spieltage wahrscheinlich auch nichts mehr reißen. Aber da hätte man halt irgendwie drauf reagieren müssen, meiner Meinung nach. Ja, das weiß ich auch nicht. Ob man da vielleicht einfach jetzt zu genau hinschaut, zu viel interpretiert. Ich erwische mich ja schon selbst. Ich bin dann da und dann zerpflücke ich jeden Satz und denke mir, wie hätte der gemeint werden können, gemeint sein können, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, in die Situation hat man sich da auch selbst ein bisschen gebracht. Also wenn dir ein Interview schon um die Ohren fliegt, dann bist du doch danach ein bisschen zurückhaltender. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer offensiver, immer provokativer. Und ich weiß nicht, ob das so ein Abwehrmechanismus ist. Ich meine, ich versuche auch immer, die Seiten zu verstehen, wenn ich nicht gerade irgendwie emotional geladen bin. Versuche ich im Nachhinein zu gucken, hey, welches Motiv, was hat Hütter jetzt davon, das alles zu versauen, so auch sich. Keine Ahnung, der hat da auch keinen Bock drauf. Dann denke ich mir, klar, ich wäre vielleicht auch ein bisschen pissig, wenn ich dann das Gefühl habe, zumindest von den Medien oder auch von den Fans zu Unrecht angegangen zu werden. Dann würde ich wahrscheinlich auch auf Abwehrhaltung gehen und ein bisschen schnippischer sein oder was auch immer. Aber das hat mittlerweile so Dimensionen angenommen, wo ich mir denke, das ist auch ein bisschen hausgemacht. Also wenn du dich halt wirklich jede Woche hinstellst und irgendwann weißt du doch, dass Leute genau hinschauen und wie auch deine Worte ankommen. Ja, kurz mal. Nee, du hast recht, weil es ist im Endeffekt genau das gleiche. Ich habe dieselben Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, wenn man dann so einen Sturm abkriegt, dann hat man eine Abwehrhaltung. Aber Leute, was hat er denn gedacht, was passiert, wenn klar wird, dass es nach der Saison einfach nach Gladbach geht? Was hat er gedacht? Hat er gedacht, okay, schade, aber danke trotzdem. Und so, alles erfolgreich. Mach jetzt was, guck ab, was du erreichst. Vierter, fünfter, ist egal. Und tschüss, danke. So, was hat er denn gedacht? Was hat er denn gedacht, was passiert, wenn das so ist? Also, wie du es gesagt hast, Patrizio, der muss doch auch in einer gewissen Weise darauf vorbereitet sein, auch mental. Total, dass es öffentlich nicht so rüberkommt, dass er wie ein beleidigtes Kind ist. Ja. Wie ein beleidigtes Kind. Der Juni hat das Bild, der lässt ihn nicht mehr spielen. Bla, bla, bla. Und mir ist es scheinbar nicht egal, was wir sagen, sonst würdest du dir nicht sagen, dass es dir egal ist, was wir sagen. Weil du ja scheinbar weißt, dass wir was sagen. Und wenn dir es egal wäre, wüsstest du gar nicht, dass wir es sagen. Dann müsstest du auch nicht sagen, dass es dir egal ist. Das ist so eine Schwachsinns-Aussage, dass ihm das egal ist. Und wenn dir das egal ist, dann sei einfach still. Weil die Leute, dann soll es den Leuten ja auch egal sein, was du sagst. Also es ist eine unfassbar unnötige Aussage. Und ich erwarte einfach da eine gewisse Art von Professionalität. Ich glaube, René, du hattest es eingangs gesagt. Das ist unprofessionell. Ja. Das ist unprofessionell. Das provoziert unnötig. Emotionen, die sowieso durch die Situation irrational sind. Weil Eintracht-Fans, jetzt mal ganz im Ernst. Wir dürfen die ganze Saison nicht ins Stadion. Keiner weiß, was Corona überhaupt mit Eintracht gemacht hätte und so weiter. Dann gibt es immer Unsicherheiten, ob Spieler gehen und so. Dann haben wir nach dieser Stand jetzt nochmal von Kovac schon wieder die Situation, dass wir einen Trainer verlieren. Dann haben wir schon wieder die Situation, dass trotzdem noch irgendwas auf dem Spiel steht. Und natürlich erinnert sich jeder Eintracht-Fan da dran, wie die Eintracht damals mit Kovac dann nur Siebter geworden ist, weil man dann auf Schalke hergeschenkt hat am letzten Spieltag. Natürlich, da waren wir doch dabei. Da braucht uns doch keiner im Nachhinein erzählen, dass wir übervorsichtig sind und dass wir irgendwelche Sachen hineininterpretieren. Weil wir es doch schon erlebt haben. Wir haben doch erlebt, dass bei Kovac so war, nachdem dieser ganze Stress mit ihm war, dass die Mannschaft zumindest in der Liga abgekackt ist. Natürlich, Pokalfinale war dann noch dieses eine Spiel, aber das würde ich tatsächlich nicht zu einer Saison in der Liga dazu zählen. Wir haben es doch schon erlebt, dass wir auch die Europa League dann da verbatelt haben durch so einen Stress. Und natürlich haben wir Angst, dass das jetzt wieder passiert. Und wenn das dann passiert, ist doch klar, dass man dann irgendwie emotional wird und dass das nicht alles rational ist. Also es ist doch, ich verstehe überhaupt nicht, dass es auch unter Eintracht-Fans jetzt schon wieder auch so Spaltungsdiskussionen gibt und der eine sagt, es ist unfassbar ermüdend so. Also es ist unfassbar ermüdend, weil am Ende man selber dann auch den Fehler macht, dass man sich ablenken lässt von dem, was wirklich kacke ist. Und das ist, dass die Eintracht leider nochmal die Champions League verzockt hat. Und das hätte ich nach dieser Folge, wo wir gedacht haben, boah, sieben Punkte Vorsprung, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte gedacht, das passiert dann am letzten Spieltag und dann ist es wie so ein einmaliger Kopfschuss. Und das ist jetzt aber eher, da schießt die einer ins Knie und lässt sich jetzt verbluten erstmal. Also dann wäre ich lieber direkt erschossen worden. Ich war sogar naiv genug zu glauben, dass nach der Verkündung, dass Hütter geht, dass da kein Bruch entstehen wird, wie bei Gladbach zum Beispiel, nach der Rose-Sache. Ich auch. Ich war naiv genug zu glauben, dass das professionell ablaufen wird, weil ich dachte, das ist zu gefestigt und Hütter ist zu professionell, als dass das noch dem Bruch runtergeht und es ist anders gekommen. Und jetzt komme ich mir ein bisschen dumm vor, aber ja, gut. Aber bei der es auch schon gezeigt hat. Zwei Tage lang den Glauben dran, dass es noch gut geht. Und er hat es ja auch gezeigt. Es gab ja schon oft Situationen, wo er auch in der Kritik stand. Und dann gewinnt die Eintracht plötzlich so krasse, wichtige, wichtige Spiele. Und genau das hat mich genau dieselbe Naivität haben lassen, dass ich dachte, nee, das ist professionell genug, der wird das so kommunizieren und die Eintracht wird wie ein eiskalter Predator da durchgehen und das dann irgendwie schaffen. Ja, ist jetzt nicht so. Man muss ja selber wissen. Und ich glaube, was er auf jeden Fall unterschätzt ist, ihm ist es scheinbar völlig egal, was viele Leute sagen, aber der nimmt hier auch gerade Schaden. Und das nicht nur Eintracht-wide, sondern auch Nationwide. Das geht ja komplett rum. Ich vergleiche das auch immer mit der Gladbach-Situation, weil die ja mit Rose quasi genau das Gleiche durchhaben. Aber ich habe das Gefühl, da kommt halt nicht so viel Schlammschlacht bei rum jetzt. Also klar waren die Fans abgefuckt und Rose ist da wahrscheinlich bis heute nicht der beliebteste Trainer ever. Aber es ist zumindest professionell auf eine gewisse Art und Weise. Also da kommen keine komischen, stichelnden Kommentare, die dann wieder interpretiert werden. Und dass dann deutschlandweit irgendwie rumgeht. Oh, guck mal, der hat schon wieder so und sowas gesagt. Da wäre ich als Eintracht-Fan aber auch sauer. Sowas gibt es da zumindest aus meiner Wahrnehmung nicht. Korrigiert mich, wenn ihr das mitbekommen habt. Aber ich bekomme das in der Intensität nicht mit. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das, also vor allem nicht bei Hütter und der Eintracht, ich hätte nicht gedacht, dass das bei uns so eskalieren wird. Naja, jetzt ist es so. Aber es ist halt schon echt sehr suboptimal gelaufen. Zusätzlich noch zu diesem sportlichen Knacks, der ja, wie Basti schon eingangs gesagt hatte, das hätte auch so oder so passieren können. Also selbst wenn er nicht gegangen wäre, selbst wenn er verlängert hätte, hätte es sein können, dass die Eintracht diesen Einbruch mitnimmt. Und ja, jetzt ist es halt zusammengefallen. Und jetzt ist es halt auch wahrscheinlich, ja, natürlich, dass man das so in Zusammenhang setzt. Einfach, weil es zeitlich passt. Ja, weil es zeitlich, wollte ich gerade sagen. Wenn du dich dann auch so äußerst, sorry, das fällt dann halt auch negativ auf dich zurück. Aber da bist du auch zu gewissen Teilen selbst dran schuld dann auch. Ja, das ist richtig. Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal über die Junis-Thematik sprechen wollen. Basti hat es ja gerade schon angedeutet, er durfte nicht spielen. Angeblich, weil er nicht ganz fit war. Er selbst dachte ja unter der Woche, er war eigentlich fit. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das dieser verbriefte Streit in der Halbzeitpause im Dortmund-Spiel dort jetzt irgendwie zu tun hat. Aber da gibt es auch andere Dinge, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel auch dieser Rustic-Wechsel. Rode verletzt raus, dann wechselt er Rustic ein und sagt dann im Nachhinein, aber da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Thema, jedes Wort auf die Waagschale oder auf die Goldwaage legen. Ja, der hat ja schon seit Wochen im Training eigentlich gute Leistungen gebracht. Wo ich mich dann auch frage, aber wenn da ein Spieler ist, du bist in der Crunch-Time am Ende der Bundesliga-Saison. Du spielst gegen einen Gegner, wo du weißt, der steht irgendwie tief hinten drin. Du brauchst kreative Kraft. Da ist einer in der Mannschaft, der seit Wochen, so war die Aussage, gute Leistung im Training zeigt. Und dann lässt du ihn nicht spielen? Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Selbst Mainzer Mannschaft hat es ja nicht verstanden, aber das sind jetzt auch... Das Problem bei diesen Diskussionen ist, glaube ich, die Beweislage ist leider zu dünn. Das sind alles nur Indizien, die wir haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja, richtig. Wenn wir jetzt hier, wenn du jetzt, wahrscheinlich war ich von Verurteilt auch das gewohnt bin. Ich würde schon sagen, kompletter Verurteiltenmord gerade. Genau, der Verurteiltenmord, wenn wir jetzt hier einen Hütterprozess machen würden. Die ganzen Dinge, die wir ihm vorwerfen können, wir ihm nicht nachweisen, der wird freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Das ist, glaube ich, die Lage, in der wir uns befinden. Und ich glaube dann, wenn dann so ein Urteil gesprochen werden würde, würde es auch unbefriedigt rausgehen. Und am Ende ist es halt so, es ist alles... Wir können ja nicht im Beweis antreten, dass A, Younes nicht wirklich verletzt ist. B, dass es mit ihm anders gelaufen wäre. Das ist richtig. Und C, warum er das macht. Er kann ja auch... Ich meine, machen Sie sich vor, es ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie Carsten Janker statt Younes reingewechselt hat, sondern da spielen Silva, Jovic und Kamada. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist ja ein Skandal, dass die drei Gurken da spielen und der Younes sitzt draußen. Also, wie oft haben wir hier dieses Luxusproblem in den Aufstellungstipps besprochen. Also von daher, das sind alles so gefühlte Dinge, aber ich fühle es halt auch. Ich habe es nicht verstanden, weil man zumindest Ansätze hat, zu sagen, okay, gefühlt ist diese Spielkultur bei der Eintracht und diese Siegesserie entstanden, als Younes dazukam. Ja, das ist ja nicht nur... Ist weggegangen, als er weg war, komisch so. Es ist für mich ja nicht nur dieses Thema Spielkultur. Also klar, hast du immer noch, wenn du die Namen aufzählst, Jovic, Silva, Kamada, hast du immer noch extrem geile Kicker da auf dem Feld. Aber wir sind halt drei Spieltage vor Schluss. Und was ich halt auch aus meiner Sicht, aber vielleicht bin ich da auch zu sehr Fan und zu wenig Fußballtrainer, für mich ein ganz großer Faktor an dieser Stelle auch ist, ist diese Geiligkeit und dieser Wille. Und meine naive Erwartungshaltung ist, dass da Spieler auf dem Feld sind, die vielleicht nicht unbedingt die geilsten sind, wenn es jetzt darum geht, irgendwie den Ball anzunehmen und irgendwie mit der Hacke irgendwie 18 Kilometer weiter zu passen, sondern die einfach mit einer Geiligkeit in den Zweikampf gehen, dass es rappelt und es denen vollkommen egal ist, als ob da noch drei Beine von den Gegenspielern im Weg sind, die einfach draufholzen, weil sie diesen Ball im Tor versenken wollen. Und genau in diese Kategorie fällt für mich halt auch ein Younes rein. Und da komme ich mir als Fan verarscht vor. Sage ich ganz ehrlich. Ja, 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 genau. Extrem, extrem schwierig. Nein, du hast völlig recht, Regé, es ist auf jeden Fall zumindest von außen, ich hätte ihn auch gern gesehen, Younes, bin ich ganz offen. Aber zu dem Spielertyp ist normalerweise, so wie du sagst, ist Rode doch genau die richtige Ausstellung auch gewesen, weil wir ja vorhin gesagt haben, warum Rustic nicht von Anfang an und so weiter. Ich denke, das war ja sowieso, das hätte überhaupt nicht zu Hütter gepasst, denn er steht ja total drauf, never change a running system und so weiter, lass mal die Spieler spielen, Rode ist jetzt wieder fit, er spielt, ist jetzt ausgewechselt worden. Muss man tatsächlich sagen, Spielertyp Rode passt ja dann genau in deine Beschreibung. Fand ich aber auch, dass der überhaupt nicht, selbst bis zu seiner Verletzung, überhaupt nicht im Spiel war. Der konnte das überhaupt nicht umsetzen, dieses Gallige, dieses Wilde. Keine Ahnung, ob es Younes hätte gekonnt, nur du musst sagen, es hat in den vorherigen Spielen oft etwas besser funktioniert. Auch, dass du mal merkst, diese Passwege, die Reihen haben ja alle nicht gestimmt. Die Laufwege waren völlig skurril teilweise. Da fragt man sich natürlich, was ist denn hier los? Sicherlich wäre da vielleicht eine gute Variante gewesen, etwas früher ein bisschen umzustellen. Auch jemand, der für mich dann eher logisch gewesen wäre, der sehr gut Power hatte, auch in den letzten zwei Spielen, wenn er spät gekommen ist. Super, der wirklich einen guten Zug nach vorne hat. Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Warum kriegt er nicht ein bisschen mehr noch Spielzeit, ein bisschen mehr Power? Denn du hast ja gemerkt, das war ja nicht, dass hier der Wandel war, dass du zweiter Halbzeit jetzt super rauskamst. Und da war es dann genial und hast da gut gespielt. Hier gibt es Wechsel in der 64. Minute. Das hat ja Hütter nur gemacht, weil ja wirklich überhaupt nichts funktioniert in der zweiten Halbzeit. Sonst hätte der wahrscheinlich wieder nicht reagiert, wenn da ein bisschen was gegangen wäre. Tuta musste, glaube ich, verletzungsbedingt raus. Das hätte er vielleicht gewechselt. Aber der Rest ist schwierig. Finde ich super schwierig. Denn eigentlich hat jeder erkannt, dass mit diesem System, wie du da momentan gespielt hast, mit der taktischen Ausstellung du nichts gewinnen konntest, weil einfach die Mannschaft sich überhaupt nicht wohl gefühlt hat. Es der halt so Akzente bringen müssen. Das ist aber einfach nicht Hütters Art. Keine Ahnung, warum. Haben wir ja schon, keine Ahnung in wie vielen Monaten und wahrscheinlich sogar Jahre, die wir das bemängeln, dass die Wechselpolitik nicht nachvollziehbar ist. Das ist halt Hütter. Da müssen wir mit leben. Younes trotzdem eine Thematik. Wir wissen es nicht. Basti hat es schön gesagt. Alles nur Indizien. Trotzdem kotzt mich an. Wenn es tatsächlich an seinem Ego hängt und er sich da irgendwie gekränkt fühlt und wir da durch uns so ein Juwel oder wirklich jemanden, der ein Spiel entscheiden kann. Und Younes gehört dazu, auch gerade aus diesen Aspekten. René, du hast das schön ausgeführt. Galligkeit, Ball halten, mal so ein bisschen was Unkonventionelles. Auch ein Schuss aus der zweiten Reihe ist auch was, was er gut kann. Was ja hier auch völlig gefehlt hat, wieder in dem Spiel. Und dementsprechend, keine Ahnung, vielleicht werden wir uns wundern und er kommt jetzt im nächsten Spiel wieder von Anfang an, ist halt einfach zu spät. Aber dann sehen wir, im Endeffekt, wir haben uns alle geirrt. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Und Hütter wollte, hat halt nicht mit ihm geplant. Ich erwarte das jetzt schon für die letzten beiden Spiele. Unabhängig davon, was wir jetzt am Ende der Saison noch erreichen, erwarte ich schon, dass jetzt in diesen letzten beiden Spielen einfach nochmal alles in die Waagschale geworfen wird und dass da mit einem Wille, da jeweils drei Punkte mitzunehmen, zumindest in dieses Spiel gegangen wird. Ob das am Ende funktioniert, weiß der nicht. Aber zumindestens hätte ich gerne, dass sie mit einem gewissen, wir wollen diese Punkte mitnehmen, Einstellung da auf den Platz gehen. Und irgendeiner in diesem Verein muss es denen doch jetzt mal mitbringen. Auf jeden Fall. Und die Chance ist ja auch noch da, auch wenn Basti da sehr demotiviert ist. Es sind trotzdem noch Spiele, die erstmal gespielt und gewonnen werden müssen von den anderen zwei. Weil auch Wolfsburg selbst, die müssen schon auch beide Spiele gewinnen, damit sie sicherlich sind. Eins reicht wahrscheinlich. Wolfsburg nicht. Denen reicht ein Punkt. Du müsstest zehn Tore in der Tordifferenz aufholen. Das kriegst du nicht. Oder okay, da müssen sie einen Punkt halt noch holen. Aber gut, wie gesagt. Wolfsburg muss nur ein Spiel gewinnen. So, das werden die schaffen. So, das kriegen die, denke ich, irgendwie. Ja, so, halt. Dortmund ist halt Dortmund. Leute, am meisten würden wir uns doch aufregen, wenn wir dann, wenn es am Ende doch noch irgendwie die anderen versauen, noch irgendeins der Spiele. Und wir haben nicht Vollgas gegeben. Dementsprechend ist es überhaupt keine Option. Hier muss Vollgas gegeben werden. Die Spiele und gerade gegen, René, du hast richtig gesagt, Schalke musst du hier wegfegen ohne Ende. Wir haben ja auch wieder gezeigt, gerade letztes Spiel 2-0 geführt, verlieren am Ende noch 4-2. Das musst du im Endeffekt locker einsacken. Und am Ende des Tages gegen Freiburg wird es schwierig. Und wenn es am Ende nur ist, um diesen fünften Platz zu halten und die, weiß ich nicht, wie viel, 2 Mark 50 das dann sind, hier in der Fernsehgeldwertung, um die mitzunehmen. Aber das muss halt jetzt irgendwie drin sein. Wir spielen jetzt gegen keine absoluten Premium-Mannschaften. Die einen liegen schon am Boden, den anderen ist es egal. Die sind quasi schon im Urlaub dann am Ende. Und Dennis schon so richtig sagt, am Ende sich vorwerfen oder anschauen zu müssen, dass Dortmund jetzt vielleicht wirklich am Ende noch gegen Mainz verliert. Und wird so blöd sind, gegen Schalke da auch nur irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Das kannst du halt am Ende auch nicht bringen. Dann kannst du ja den Laden direkt dicht machen. Ja klar, aufgeben auf keinen Fall. Das erwartet man ja auch von der Mannschaft, dass die das jetzt zumindest noch alles Mögliche tun. Also zumindest alles, was ihnen möglich ist, um das Ziel zu erreichen. Keine Ahnung. Dortmund hat ja, wie gesagt, noch Mainz. Und ich glaube, Leverkusen vor der Brust, das ist auch noch nicht gespielt. Und das Pokalspiel. Ja, ich erwarte auch, dass Dortmund das sich jetzt nicht nochmal nehmen lässt. Einfach weil die das jetzt erreicht haben, ihren vierten Platz. Und das wäre schon nochmal bitter, das aus der Hand zu geben. Kann aber eben passieren. Und deswegen natürlich nochmal alles geben, vor allem Schalke und Freiburg. Da hast du ja auch Chancen. Ja, also ich habe noch so ein bisschen Resthoffnung. Gerade wenn wir jetzt auf den nächsten Spieltag gucken. Dortmund hat halt jetzt das Pokalspiel noch. Da weißt du halt auch nicht. Das kann halt entweder großer Jubel sein oder große Trauer. Ja, aber die haben auch noch einen Tag mehr Zeit. Die spielen am Sonntag erst. Ja. Leute, ich will euch da. Ja, egal. Ich will euch gar nicht in meinen Modus bringen. Macht das. Wenn ihr denkt, dann alles gut. So ein bisschen Resthoffnung habe ich noch. Ich auf gar keinen Fall. Es ist aber auch nicht schlimm. Es kann jeder Hand haben, wie er will. Ich sage nur, was ich auch nochmal zusammenfassen will, weil ich kann ja schon so reden, als wäre es schon kaputt gegangen. Weil ja, wir auch die Diskussion hatten, wie bewertet man das? Und Hüttert denkt ja auch, dass er uns klar machen muss, dass auch der fünfte Platz ein Erfolg ist. Digga, mach dir mal keine Sorgen. Das wissen wir schon. Ich stelle mir halt die Szene. Sagen wir mal, wir könnten gegen Freiburg im Stadion sein. Das wünscht er sich besser nicht. Nein, den würde man ignorieren. Ich glaube, dass die Mannschaft mit so einem, und selbst wenn sie es nicht schafft, und davon gehe ich ja aus, was denkt ihr, mit was für einem Applaus die verabschiedet worden wäre? Das will ich einfach auch mal sagen bei diesen ganzen Diskussionen von wegen Fans hätten zu hohe Erwartungen. Die wissen das nicht einzuordnen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder von uns in diesem Stadion wäre und würde minutenlang applaudieren für diese Saison, dass diese Mannschaft in Europa bereit gekommen ist. Bei aller Enttäuschung. Also es ist nicht so, dass auch nur einer Respekt vor dieser Mannschaft verloren hat. Im Gegenteil. Es ist Wahnsinn, was die abgerissen haben, teilweise auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Und die haben auf jeden Fall besser als an vergleichbare Vereine gespielt, mit denen wir normalerweise auf Augenhöhe sind. Und bevor jetzt irgendeiner denkt, dass da irgendwie Diskussionen entstehen, dass Eintracht-Fans da kein Spiel mehr führten, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wenn wir im Stadion sein können, würde die Mannschaft wirklich sehr, sehr rührend in die Sommerpause verabschiedet werden. Der Trainer halt nicht. Der würde dann vielleicht dabei stehen und im Endeffekt, wenn er sich trauen würde, da mit an die Kurve zu gehen, würde man halt sagen, geh weg. Dir geht es hier nicht. Das will ich einfach nur sagen. Ich habe keine Hoffnung mehr, aber wenn ihr Hoffnung haben wollt, ist es vielleicht so, die Eintracht ist er jetzt wieder eigentlich in der Position, wo der Druck weg ist. Also von daher. Schauen wir mal. Jetzt kann Dortmund wieder was verdienen. Jetzt ist doch eh alles scheißegal. Genau, wir können ab jetzt eigentlich nur noch gewinnen. Verloren haben wir quasi schon. So, wir haben jetzt noch zwei Spieltage, um da zumindestens mal eine solide Leistung am Ende noch abzuliefern. Und wir haben jetzt mit Schalke einen Gegner vor der Brust, für den jetzt auch nicht alles wirklich gut gelaufen ist in der Saison, um das mal vorsichtig zu formulieren. Die sind ja schon abgestiegen. Wir haben dieses wunderschöne Spiel am Wochenende gehabt gegen Hoffenheim, wo du 2-0 führst zur Halbzeit und dann innerhalb von 15 Minuten vier Tore kassierst. Das ist auch latent demotivierend, würde ich jetzt behaupten. Die haben morgen noch das Nachholspiel gegen die Hertha. Wenn es denn nicht ausfällt, weil sie haben gleichzeitig heute auch noch gemeldet, dass sie zwei bestätigte Corona-Fälle in der Mannschaft haben. Aktuell sieht es nicht so aus, als wenn das Spiel gefährdet ist. Aber die Mannschaften sind ja auch ab heute oder ab morgen in dieser zweiten Stufe dieser Corona-Quarantäne-Thematik. Das heißt, sie sind ja quasi dann in einem Hotel zusammen und dürfen ja nur gemeinsam, also untereinander Mannschaft und Staff Kontakt haben, aber auch mit Staff nur minimal, also auch nur reduziert und dürfen nur zum Training und zum Spiel und wieder ins Hotel. Also wenn da noch mehr kommt, dann war es definitiv schon in der Mannschaft. Also von daher ist es auch fraglich, wie es dann da spielerisch tatsächlich noch aussieht oder wer da vielleicht noch wegfällt. Also Schalke ist aus meiner Sicht gerade ein Gegner, der, ich würde mal behaupten, wenig Bock auf Fußball gerade hat. Hilft uns das oder hilft uns das eher nicht, Patricia? Ja, also es ist halt einfach die Thematik, dass du gegen Schalke gewinnen musst. Das ist halt dieser Pflichtsieg. Also wie willst du dich rausreden, dass du es nicht schaffst gegen Schalke? Sorry, aber die sind halt komplett am Ende. Für die geht es auch um nichts mehr. Es ist aber auch nicht so, dass man sagt, bei denen wurden jetzt Kräfte freigesetzt oder da spielen jetzt nur noch ganz neue, frische Spieler, die irgendwie noch Bock haben. Nee, das Ding ist, glaube ich, einfach gelaufen dort und es ist jetzt halt einfach so, dass du gewinnen musst, weil es für dich eben noch theoretisch um was geht und ja, das ist halt der Druck, der da ist. Aber andererseits denke ich mir, okay, wenn du es dann nicht schaffst, dann kannst du die Saison aber auch wirklich abhaken, weil ich weiß nicht, ich dachte, Hoffenheim gibt sich wirklich zweimal die Blöße gegen Schalke zu verlieren. Das wäre, glaube ich, das einzige Team, das zweimal gegen Schalke verloren hat dann in der Saison. Haben sie nicht gemacht. Also selbst das, also selbst wenn Schalke in Thürung geht 2-0, selbst dann kannst du die immer noch zu einem 4-2 rumreißen. Also das tut mir auch schon fast leid, aber was soll ich sagen? Das ist halt einfach kein Maßstab und wenn du da verkackst, dann ja, was soll ich noch sagen? Also ich sehe es schon kommen, aber was soll ich noch sagen dann? Nee, aber da fehlt selbst mir die Fantasie. Also ich kann mir viel ausmalen, was alles, welche Höllen alle zufrieren können und was weiß ich was, aber sorry, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Wenn die Eintracht das nicht schafft, weil sie ja auch noch nicht wissen kann, wie Dortmund spielt, weil die ja einen Tag später spielen. Sorry, also dann tut es mir leid. Kannst du auch nicht mit Einstellung oder so rechtfertigen, ja selbst wenn du irgendwie komplett demotiviert dahin gehst zu diesem Spiel und sagst, oh heute gar keinen Bock oder oh ja, ich habe die und die Befindlichkeit, selbst dann gewinnst du das im Normalfall mit der Qualität im Kader einfach. Das muss schon reichen, also dreimal reichen. Und das soll nicht perfekt losklingen, aber ich glaube, jeder weiß ja mittlerweile, welchen Tiefpunkt Schalke erreicht hat. Ja, der ist glaube ich nochmal tiefer geworden, weil die ja jetzt wieder diesen Move gemacht haben, dass sie dachten, wir holen uns jetzt schon mal den Zweitliga-Trainer, der jetzt auch wieder davor steht, abgelöst zu werden. Surprise, surprise, Alter. Das heißt, die sind nicht nur schon abgestiegen, sondern die haben jetzt auch noch da so viel Unruhe drin, dass ich mir vorstellen kann, dass die gar keinen Bock mehr haben, überhaupt anzutreten. Und selbst der Trainer jetzt nicht mehr, der ja am Anfang zumindest nach außen in so eine gewisse Art von Motivation ausgestrahlt hat und gesagt hat, ja, und selbst als wir es nicht schaffen, wir wollen uns gut verabschieden, bla bla, dann gab es da noch diese merkwürdigen Szenen vom Stadion. Also sorry, wenn Eintracht Frankfurt sich so schnell nicht mehr seiner Stärken bewusst ist, dass sie nicht in der Lage sind, auf Schalke zu gewinnen, ja, ich glaube, dann müssen wir wirklich nicht mehr darüber sprechen, aber davon gehe ich nicht aus. Also ich glaube, die Eintracht gewinnt, dann werden außer mir allen einen Tag aufgeregt sein und dann wird Dortmund wieder gewinnen. Ja, man muss doch sagen, eigentlich die Motivation könnte doch jetzt auch aus der Mannschaft kommen, Mensch. Also man muss doch wirklich sagen, die Eintracht kann doch hier auch zum Beispiel so pushen, dass wir sagen, der Silva ist zum Beispiel jemand, der hier wunderbar noch Tore machen kann. Schön den Rekord bei der Eintracht, vielleicht als Abschiedsgeschenk, denn wir sind uns ja alle einig, das wird ein heißer Kandidat für einen Wechsel im Sommer sein. Da musst du im Endeffekt so ein bisschen drauf aufbauen. Wir schenken Silva hier noch ein paar Tore gegen Schalke, da ist das machbar. Alle spielen mal ein bisschen performen, mal wieder ihre 120 Prozent. Besser ist dein Torverhältnis aus. Gegen Schalke ist doch eine Mannschaft diese Saison gewesen, da kannst du auch mal 5-6-0 gewinnen. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches gewesen. Deshalb musste Klingst und auf einmal ist es nicht mehr so, dass auf einmal, oh, das Torverhältnis zu den anderen ist ja so beschissen, wir haben zehn Punkte, zehn Tore-Differenz negativ noch zu den anderen zwei, sondern rücken wir auch wieder dran. Du kannst gegen Schalke jetzt vieles wieder richtig machen, was jetzt gegen Mainz total beschissen gelaufen ist, wieder ein bisschen Druck ausüben nach oben hin, dann müssen die nämlich wirklich alle richtig punkten und dann kommt es auf die letzten Spiele und so weiter an. Also ich denke schon, dass du da nochmal, es kann schon noch so ein weichen Ding sein. Basti, ich bin voll bei dir, die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr so riesig und das Ding hätte sie einfach gegen Mainz machen müssen. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass du gegen Schalke die Motivation aus verschiedenen Punkten ziehen kannst. Und ich hoffe, dass das auch so gewählt wird, dass du sagst, Mensch Silva, hier kannst du, guck mal, dass du in den letzten zwei Spielen nochmal ordentlich Tore machst, nochmal schön dich hier verewigst, als bester Torschütze der Eintracht und so weiter und so fort. Also wie gesagt, schauen wir mal, drücken wir die Daumen und ich denke auch, dass wir gegen Schalke auf jeden Fall was reißen. Ja, im Endeffekt kannst du dir damit auch dein Endspiel besorgen. Also nicht Endspiel, aber du kannst dafür sorgen, dass du halt nächste Woche noch eine theoretische Chance hast. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir gegen Schalke gewinnen. Die Frage ist halt, wie? Und dann hast du das letzte Spiel zu Hause gegen Freiburg und ich bin mir ziemlich sicher, da sind wieder Fans um das Stadion drumherum, da wird es von außen her schon irgendwie laut werden und dann hast du halt auf jeden Fall noch dein Endspiel. Ja, du musst ein bisschen drauf hoffen, dass da die anderen vielleicht auch noch irgendwie mitmachen, aber ja, das ist halt so. Da müssen wir jetzt durch. So ist es. Dann lass uns mal gucken auf dieses Aufstellungsthema, das wird nämlich auch noch ein bisschen spannend. Ähm, ein Dicker ist wieder zurück, war ja gelb gesperrt, darf wieder spielen. Nach dem, was ich heute gelesen habe, ist sowohl der Einsatz bei Rode als auch bei Tuta fraglich. Der eine hat Adduktoren, der andere hatte auch irgendwie Oberschenkelknöchel, irgendwas. Ähm, also das ist noch nicht so ganz klar, ob die spielen können. Wollen wir sie jetzt in der Aufstellung berücksichtigen oder planen wir mal eine Aufstellung ohne die beiden? Patricia, entscheide du. Okay, ja, keine Ahnung, ich würde dann einfach erst mal ohne sie planen, wenn sie fraglich sind. Alright. Dann gucken wir mal, was es für Optionen geben würde, wenn das denn eintreten würde. Dann sag doch mal die Abwehr. Ja, also, Ähm, Indika ist zurück, Hinti ist gesetzt und dann würde ich wahrscheinlich schon fast Ilsanker sagen, wenn Rode raus ist und Hasebe dann für Rode spielen muss, stellt sich dann für mich schon fast von selbst auf, weil so viele bleiben ja nicht übrig. Ist so. Also wer ist jetzt fraglich nochmal? Ich fasse mir das nochmal zusammen. Was ist das? Rode und Rode sind fraglich. Okay, ja gut, dann musst du tatsächlich, äh... Wäre die logischste Variante, Indika auf links, Hinti in der Mitte, Ilsanker rechts. Rechts, ja. Viel mehr andere Optionen hast du nicht, seitdem du würdest Hasebe nach hinten ziehen. Dann ist wieder die Frage, wenn du dann neben Sow aufstellst, da wärst du vielleicht ein bisschen arg offensiv. Ja, Hasebe. Wobei du spielst gegen Schalke, also... Nee, nee, Hasebe. Hasebe und So, fertig. Ganz klar. Okay. Ich glaube, das hat uns auch ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen. Ja. Hasebe ist auch einer, der auch gerne einfach mal mit viel Motivation dann auch einfach mal total übermotiviert in so einen Zweikampf reinrauscht. Ja, ich finde Hasebe muss auf dem Platz. Das ist jetzt, wenn überhaupt einer da noch einen Überblick hat und alles gesehen hat, dann ja. Ja, das stimmt. Er hat die nötige Erfahrung. Das stimmt. Kostic auf links ist, glaube ich, auch ohne Diskussion. Das ist so, ja. Rechte Seite. Zuber, oder Durm, Entschuldigung, wie man hier auf Zuber kam. Durm, oder noch eine andere Variante? Chandler? Durm. Das ist einfach ein bisschen schneller. Okay. Ja, also Chandler war auch... Also Durm hat mir auch überhaupt nicht gefallen, aber gut, das ging ja durch die ganze Mannschaft durch, dementsprechend, ja. Klar. Also alternativlos so ein bisschen, ne. Und Chandler ist, glaube ich, nicht wirklich die bessere Lösung. Und dann jetzt die Gretchen-Frage. Doppelzehn oder Doppelsturm? Dennis? Ja, gerne Doppelzehn. Kamada, Younes und Silva vorne rein. Jovic von der Bank. Dann, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Basti? Ja, ich gehe auch mit. Ja. Ja. Da war sie wieder weg, die Motivation. Großartig. Wo ist Silva in meiner Liste? Da. Ja. Ich glaube, du hast wenig Alternativen. Schalke wird jetzt auch nicht mit offenem Scheunentor spielen. Du brauchst dann ein bisschen mehr Kreativität. Kamada wandert für mich immer ein bisschen weit nach rechts raus. Da brauchst du dann irgendeinen, der diesen Zehnerraum noch ein bisschen besetzt. Sonst ist da einfach so eine große Lücke oder du ziehst halt irgendwie so komplett da hinten raus. Ich glaube, da gibt es wenig Alternativen tatsächlich. Wenn du merkst, dass lange Zeit da nichts geht oder sowas, kannst du immer noch, wie gesagt, Zuber kannst du bringen. Meinetwegen auch nochmal Rustic. Ja, der schießt aus der zweiten Reihe um, ist ja genauso wie Kamada, da merkst du kaum einen Unterschied. Nein, aber du hast ja Möglichkeiten, dann schon noch zu agieren, ob dann was geht und was gemacht wird. Und Jovic von der Bank ist, glaube ich, tatsächlich auch was. Er hat ja, muss man sagen, jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz so glücklich, wenn er von Anfang an gespielt hatte. Lass uns den mal wieder als Joker bringen und dann passt das schon. Nur nicht bitte erst in der 80. Minute oder so. Wenn Hütter da sich mal ein bisschen auch besinnen würde, etwas früher vielleicht zu wechseln. Das kann ja dann schon ganz nett sein. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Gut, dann haben wir eine Aufstellung und dann hätte ich jetzt gerne mal noch Ergebnistipps von euch. Und Patricia darf dieses Mal anfangen. 3-0. Ich bin heute mal sehr positiv gestimmt. Basti? Ich sage, die andere gewinnt 4-1 dort, aber es ist auch nicht, dass sie mich das dann vom Hocker reißen würden. Nee. Dennis? Ich sage ein 6-1. War ich doch nicht so positiv. Ich habe dann 5-1 überlegt und dachte schon so, okay, das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber 6-1, ja, okay. Jetzt muss man mal alles ausgepackt werden, Leute. Ja. Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall sind wir uns einig. Dein Tipp? Es gibt 5-1. 5-1. 5-1 ist geblieben, okay. Ja, ich bleibe bei 5-1. Ein Tor. Ich hatte kurzzeitig so eine Millisekunde die Überlegung, wir spielen tatsächlich mal zu 0. Da habe ich mir gedacht, nee. Also ein Tor werden wir mit Sicherheit irgendwie kassieren. Ich glaube, du hast gegen Schalke schon Möglichkeiten. Was habe ich heute in den Statistiken gelesen? Schalke hat in dieser Saison 29 Tore nach Standards gefangen und 19 per Kopf. Also da musst du dich gar nicht wirklich großartig anstrengen. Da brauchst du einfach, da muss ja noch nicht mal spielerisch gut sein, da musst du tatsächlich nur ein paar halbwegs gute Ecken treten und Leute haben, die in der Lage sind, mit dem Kopf an den Ball zu kommen. Wir haben mit Hinteregger einen, wir haben mit Indica einen. Also das würde wahrscheinlich schon reichen. Da hast du wahrscheinlich schon die ersten drei Tore drin. Hoffe ich mal so. Gerne, gerne, gerne. Ja, also wie gesagt, normalerweise kannst du gegen Schalke tatsächlich ordentlich Tore machen, wenn du dich anstrengst. Das eine Freistoß-Tor von Kramaric da am Wochenende, da sah auch Name Schalke Torwart Fährmann. Fährmann, danke. Auch gar nicht gut aus. Also auch da durchaus anfällig. Nicht nur in dem Spiel. Nicht nur in dem Spiel, aber also ganz ehrlich, wenn du komplett am linken Pfosten stehst, rechts keiner ist und du stellst auch keinen Mann auf die Linie, dann hast du es halt auch nicht besser verdient. Das Schöne ist ja, Schalke ist auch so ein Verein, der bricht einfach dann irgendwann zusammen. Wenn du dranbleibst, kannst du da noch echt ordentlich Tore machen. Das ist eigentlich so, weshalb ich so ein hohes Ergebnis tippe. Ich denke, am Anfang wird es schon noch ein Kampf gegeneinander sein. Dann führst du vielleicht 1-2 oder 2-1 in dem Sinne. Und danach kannst du normalerweise ganz gut, wenn du es runterspielst und konsequent. Und bei der Eintracht geht es ja schon noch um was. Deshalb hoffe ich einfach, dass die nicht dann aufhören, Fußball zu spielen und sagen, jetzt haben wir 2-1 gewonnen gegen Schalke und haben uns die Chance gewahrt. Scheiße. Nee, du brauchst im Endeffekt viele Tore und einfach dranbleiben. Und dann kannst du gegen Schalke tatsächlich, das hast du gegen Hoffenheim gesehen, wie die zusammengebrochen sind, die 19 Minuten, die 4 Tore. Wenn die dran geblieben wären, hätten die auch noch viel mehr machen können. Ja. Dann hast du allerdings gesagt, die Eintracht müsste es einfach runterspielen. Wenn die Eintracht für irgendwas bekannt ist, dann dafür, dass sie so Dinger locker runterspielen. True about it. Genau. Der Gonzo zieht mich im Chat auch schon wieder auf, als ich gesagt habe, hier einfach mal irgendwie 3-Eckentore machen. Ja, ich weiß, wir reden immer noch von der Eintracht, aber ein bisschen träumen darf ich ja vielleicht auch noch. So. Habt ihr denn noch irgendwas in Richtung Empfehlungen und gute Tat oder wollen wir es dabei belassen? Ich hab nix. Ich lese nichts mehr, ich schaue nichts mehr, ich sitze hier einfach nur noch rum. Basti sitzt einfach nur noch, liegt in embryonaler Grundhaltung auf der Couch und hofft, dass die Saison schnell vorbei ist. Es ist tatsächlich so. Wir kennen dich, Basti. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Eintracht aus welchem Grund auch immer gegen Schalke nicht gewinnt, dann wissen wir noch nicht, ob wir nächste Woche senden, weil das wäre, glaube ich, dann zu schmerzhaft, darüber zu reden. Ansonsten gehen wir mal davon aus, dass wir nächste Woche Dienstag wieder in gewohnter Art und Weise hier einfach für euch da sein werden und uns heiß machen werden für das letzte Spiel. Lasst uns diese Woche überstehen. Viel Spaß denjenigen, die das Pokalfinale gucken oder vielleicht sogar ganz wild drauf sind und morgen das Nachholspiel Schalke gegen die Hertha gucken. Soll es ja auch geben, solche Menschen. Ich glaube, hier im Hause Patricia wird es mit Sicherheit geguckt werden, oder? Ja, wird bestimmt laufen. Ob ich es gucke, weiß ich noch nicht genau. So nebenbei wahrscheinlich, ja. Okay. Ansonsten wünschen wir euch da draußen eine entspannte kurze Restwoche. Ist ja so ein Feiertagsding drin. Lasst uns am Wochenende Fußball gucken und dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Hey, hey, es kann man von, hey, 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 es kann man von. Hey, hey, es kann man von, hey, hey, es kann man von.